Ja, es ist Wochenende und kaum ein Kind auf dem Spielplatz. Da sieht man das mal mit sozialen Kontakten. Also, ob Corona oder nicht Corona. Wir haben jetzt schon Federball gespielt und mein Kind spielt jetzt mit einem Propeller. Aber heute sind keine Kinder hier. Gestern waren welche hier, aber heute sind keine da. Ja, mal schauen, was hier noch kommt. Das ist das Weiße Haus von Washington, die nichts sehen, nichts hören und nichts sagen. Und da hinten sind noch ein paar Häuser, die auch nichts hören, nichts sehen und nichts sagen. Kennt ihr die drei Affen? Das fand ich furchtbar. Zu Ostzeiten gab es die immer. Der eine konnte nichts sehen, nichts hören und nichts sagen. Und so sind sie hier erzogen worden. Und da oben auch. Ja, so ist das. Naja, aber stänkern können sie gut. Also, das können sie echt gut. Wir wollen mal sehen, wen wir heute hier haben. Ob wir heute Ruhe haben oder ob wir heute auch wieder vertrieben werden. Oder ob sie sich hier wiederum streiten. Ich werde mal gucken. Ich werde mal abwarten. Ich werde das mal beobachten, die Sache hier. So hochgeschossen. Aber die Kinder haben ja gestern alle erzählt, sie sitzen immer vor der Playstation. Das macht mehr Spaß als Spielplatz. Ja, das ist eben so. Das ist beschämend. Ich kenne sowas nicht. Ich kannte das jahrelang nicht. Wir waren immer draußen im Park irgendwo. Und Kinder haben sich immer getroffen und sowas alles. Aber hier gibt es das nicht. Naja. Das ist halt Boltenhagen. Vielleicht sollten die Urlauberkenner hier mal auf den Spielplatz kommen. Der ist hier oben. An der Schule. Ist ja auch mal nicht schlecht. Das 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 ist ja auch mal nicht schlecht. Ja.